Ich wurde so oft gefragt, ob ich mir neue Felgnägel aufklebe. Natürlich mache ich das. Als allererstes musste ich mir meinen Nagellack wegmachen, denn ich habe eine Bestellung bekommen. Und zwar habe ich coole neue Felgnägel angepasst bekommen und durfte mir sogar das Design aussuchen. Die wurden speziell für mich angefertigt. Richtig cool. Ich bin gespannt, wie lange die halten. Dann war hier noch so ein Set dabei. Es gab so Klebestreifen, womit man die Nägel nur für zwei Tage aufkleben kann. Aber ich möchte natürlich wieder drei Wochen lang tragen und habe mich für die obere Reihe entschieden. Habe dann den Kleber zur Hand genommen und erst mal angelegt. Und die Größe hat wirklich perfekt gepasst. Und dann habe ich das Ganze auch schon festgeklebt, nach und nach. Und Leute, ich muss euch sagen, ich bin so begeistert. Ich muss mir die ganze Zeit meine Nägel angucken. Ich finde sie unnormal schön und ich habe sie jetzt in meiner Story verlegt.